yo leute was geht ab und zu willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal kommt nachher und ich will euch erstmal was zeigen ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich so was ist das warum hängt da ein eierkarton an der wand die antwort ist ganz einfach ist es ein schlüssel aufhänger er kann einfach sein schlüssel ganz einfach hier drauf wenn firma von oben sieht man das hier sind so löcher drin er kannst du einfach all deine privat gegenstände ganz easy reinhängen und ich habe das aus ich habe das quasi recycelt ist es ein eierkarton und ja warum habe ich daran zu getan ich habe das getan um quasi aus einem gegenstand was brauchbares zu machen und quasi der umwelt was gutes zu tun kommen wir zum design also beim design habe ich darauf geachtet dass es möglichst clean ist deswegen habe ich noch weiß angemalt kommen wir näher noch mal da sieht man hier ist es weiß und hier ist noch die braune farbe genau ich habe es ganz einfach auch gemacht die aufhängen habe ich einfach hier nägel in die wand gehauen und da kann man den eierkarton ganz easy aufhängen und wenn du dir sagst ja ich mich an einen anderen ort platzieren kannst du auch einfach wieder abnehmen und woanders reinhauen ja das war mein design gegen gestand ich hoffe der hat euch gefallen oder das ganze media hat euch gefallen vielen dank und ciao